Musik Suchen Sie unsere Homepage www.reiber-neustadt.de Klicken Sie anschließend auf den Reiter Login Online Banking und dann auf das VR Online Banking. Melden Sie sich nun mit Ihrem VR NetKey oder Alias sowie mit Ihrer PIN an. Danach klicken Sie bitte den Button Anmelden. Nach der erfolgreichen Anmeldung klicken Sie bitte auf Ihren Namen oben rechts in der Ecke und dann auf den Punkt Datenschutz und Sicherheit. Unter der Rubrik Sicherheit runterscrollen und dann auf das Stiftsymbol hinter dem Punkt PIN klicken. Im Anschluss geben Sie im oberen Feld Ihre aktuelle PIN ein. Darunter wiederholen Sie zweimal Ihre neue Wunsch-PIN. Die Anforderungen an diese sehen Sie rechts. Haben Sie Ihre neue PIN erfolgreich gewählt, klicken Sie bitte auf den Button. Eingabe prüfen und geben den Auftrag der PIN-Änderung nun mit Ihrem TAN-Verfahren frei. Ihre PIN ist jetzt erfolgreich geändert. Das hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020